So, jetzt gehen wir nochmal zum Meister Laurelin und gucken, ob er uns etwas beibringen kann und ob er uns vielleicht eine Armbrust verkauft, die wir endlich mal haben sollten, da wir mit unserem tollen Stecken ja nicht besonders viel anrichten können. Und oh, unser Dachsfreund ist weg. Also er ist nicht wegweg, sondern er begleitet uns nicht mehr. Also sprechen wir Laurelin nochmal an. Willkommen. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich mich auch. Was führt dich zu mir? Also erst einmal wollen wir gucken, was du im Angebot hast. Nicht besonders viel. Du hast Jagdhandschuhe. Nicht für Rassenzwerg. Okay, das können wir schon mal vergessen. Dafür können wir dir unsere Wolfsfoten und unsere Pellfetzen verkaufen. Sind immerhin schon mal fast fünf Silbertaler. Handel abschließen. Und dann gucken wir mal, was uns beibringen kann. Ich freue mich, dich zu sehen. Was führt dich zu mir? Was kannst du uns beibringen? Wir könnten gezielten Schuss lernen. Steigerungspunkte hätten wir ja genug, aber ich will... Ah ja, das ist gut. Das ist gut. Ein Vollminictus lernen. Weil unsere Kraft der Erde nicht so zuverlässig ist, ist es gut, wenn wir das hier auch lernen. So, erfolgreich gelernt. Und dann gehen wir mal kurz in unser Zaubermenü. Und steigern den mal auf Maximum. Auch das ist nur gerade mal Stufe 5. Und arrangieren schnell mal unsere Leiste hier unten neu. Der kann ruhig da bleiben. Der da hin und die Kräfte der Natur ist so. Jetzt haben wir den Vollminictus. Jetzt haben wir endlich mal einen... Ich würde mal sagen, etwas besseren Ansatzzauber. Ah, da ist unser Dax-Freund. Wenn wir mit dir reden. Der Dax brummt freundlich. Das ist aber nett. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir endlich wieder in die Stadt kommen, aus der wir vorher rausgeschmissen wurden. Na nun, da steht jemand. Wer ist das denn? Und er kommt auf das Zimmer. Bleib stehen, auf ein Wort. Äh, ja, gerne. Woher kennen wir meinen Namen? Nein, nein, nicht so vor. Ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus sein. Lasst mich erst einmal erklären, weshalb ich auf euch aufmerksam wurde. Ich würde mal tippen wegen dem Zopf am Südtor. Aber, na gut, lasst es mal hören. Wie ihr das Ende eurer Ausbildung beim Meister Laurelin gemeistert habt, hat mich beeindruckt. Besonders, wie ihr mit diesen verrückten Entgärten gesprungen seid. Äußerst gerissen. Das muss ich schon zugeben. Äh, umgesprungen würde ich jetzt nicht sagen. Aber, trotzdem, danke. Oh ja, gerissen würde ich das nicht gerade nennen. Was wollt ihr wirklich von mir? Äh, nee, sind wir mal nett. Äh, ja. Sind wir mal so ein bisschen förmlicher. Dazu komme ich gleich. Am aufschlussreichsten war aber die Geschichte mit diesem, diesem Blutwolf. Ein Jammer, dass keiner der Schmuggler vor ihm bewahrt werden konnte. Die Burschen hätten uns bestimmt einiges erzählen können. Einiges, worüber denn? Äh. Äh, genug vorher wisst ihr. Das heißt, wer seid ihr? Nein, nehmen wir mal die etwas ausführlichere Antwort hier unten. Mein Name ist Gerling und mein Amt bedingt, dass ich stets gut informiert zu sein habe. Ganz frei heraus. Ich bin während meiner Ermittlungen zu Piratenüberfällen über euch und sagen wir mal gestolpert. Ja, mit den Piraten hatten wir ja selber das Vergnügen und wir haben ja auch selber Informationen gesammelt. Das ist ziemlich öffentlich. Da dürfte er oder seine Mitarbeiter sicherlich was mitgekriegt haben. Wer den Drackensang 1 kennt, der dürfte Gerling ja auch kennen eigentlich. Wer nicht, naja, verraten tue ich jetzt nichts. Ich will nicht spoilern über den ersten Teil. Aber ihr seid den Flusspiraten auf der Spur. Was habt ihr herausbekommen? Was haben diese, diese Schmuggler damit zu tun? Hm, das ist mir selbst noch nicht ganz klar. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das sehr bald in Erfahrung bringen werden. Doch das sollten wir an einem ruhigeren Ort behalten. Machen wir das doch. Aber darüber muss ich, äh... Aber erst einmal fragen, für wen ihr arbeitet. Ihr lasst wirklich nicht locker. Das gefällt mir. Zu meinem Bedauern muss ich euch diese Information vorenthalten. Vorerst. Wir sollten wirklich an einem ruhigeren Ort darüber reden. Wir sind mitten im Wald. Wo ist es denn noch ruhiger? Aber na gut, einverstanden. Also gut. Folgt mir. Ich folge euch. Oh, wir sind wieder in der Stadt. Und da sind zwei... Hier dürften wir ungestürzt sein. Meine Gefolgsleute. Jakon zagen uns. Feiris Luxauge. Offenbar wollen wir alle den Flusspiraten auf die Schliche kommen. Mir schwebt da eine Zusammenarbeit vor. Zusammenarbeit? Ist das nicht ein wenig voreilig? Es war von einem Informationsaustausch die Rede. Nicht mehr. Uns fehlen die Leute, um auf solch wichtige Hilfe zu verzichten, Jakon. Mein Gespür sagt, wir sollten Vertrauen haben. Gerling hat bisher immer einen guten Riecher gehabt. Es... Es ist ohnehin nicht allein an uns, über ein gemeinsames Vorgehen zu entscheiden. Schließlich stecken wir alle zusammen in dieser Geschichte. Nicht wahr? Also, was sagt ihr? Wollen wir in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten? Hm. Also, er mag zwar ein bisschen geheimnis-tuarisch sein, aber zwielichtig wirkt er schon mal nicht auf mich. Äh, also... Sagen wir mal, wir sind dabei, aber worum geht es eigentlich? Meinen Quellen zufolge soll heute Nacht, nach der Ausgangssperre, ein Schiff im Hafen anlegen. Es soll Helerware an Bord haben, die aus den Piratenüberfällen stammen könnte. Jedenfalls werden wir uns das mal genauer ansehen. Ah, das klingt interessant. Vor allem wegen der Helerware. Hm. Vielleicht finden wir ja auch das Zeug, was Ardo abhandengekommen ist. Aber nach der Ausgangssperre, das ist doch sicherlich riskant. Sagt jetzt wieder unsere Geodenvernunft. Ja. Normalerweise hättet ihr damit recht. Doch nach allem, was wir in Erfahrung bringen konnten, wird es in dieser Nacht keine Patrouillen geben. Das klingt etwas komisch. Hoffentlich sind diese Informationen auch richtig und keine falschen. Eine schwierige Angelegenheit. Der Einfluss der Hintermänner muss weitreichender sein, als wir bislang vermutet haben. Nun ist die Frage nur, wie weitreichend? Also wir sind jetzt, hätten wir die Wahl. Unser Soldat nicht würde natürlich sagen, würde sofort vorpreschen und sagen, wir sollten uns ein Bild von der Lage machen. Aber unsere Geoden, ich wäre etwas zurückhaltender und wäre nur froh, diese Piraten in die Finger zu bekommen. Deswegen nehmen wir mal das untere. Mir würde es schon reichen, wenn wir diese Piraten habhaft werden könnten. Aber eins nach dem anderen. Wie sieht euer Plan aus? Sobald ihr bereit seid, wird euch Jakon nach Einbruch der Dunkelheit zu unserem Treffpunkt bringen. Dort besprechen wir kurz die letzten Einzelheiten und brechen dann gemeinsam auf. Gut. Unsere Soldaten, ich wäre jetzt hier vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber ich habe verstanden, hoffen wir, dass alles gut geht. Ich spüre, dass ihr euch der Gefahr bewusst seid, in die wir uns begeben. Vergewissert euch, dass ihr gut genug vorbereitet seid und trefft Jakon dann hinter der Taverne am Marktplatz. Das werde ich. Natürlich werde ich mich vorbereiten und komme dann zur Taverne. Äh, oder... Hm, kennt hier eigentlich jeder meinen Namen? Äh, ich fürchte, ja. Äh, ja, das ist weniger schön. Tja, wäre ja alles gesagt, nicht wahr? Ihr müsst mich nun in Schulden. Auch ich habe noch einige Dinge vorzubehalten. Ach, und, äh, haltet euch bedeckt. Zu niemandem ein Wort über unsere Mission. Ja, ich schwe... Ich habe eh niemanden hier, dem ich was sagen könnte, außer Ado vielleicht. Aber was will ich mir sagen? Dass ein komischer Mann namens Gerling mich hier auf eine Mission eingeladen hat. Äh, er würde mich komisch angucken, wenn ich nicht noch mehr zu sagen hätte. Wir wünschen bis heute Nacht. Entschuldigt, warum, Dacin... Feste Kleidung für das Abenteuer, alles hier bei mir. Oh, mein Gott. So. Feste Kleidung für das Abenteuer. Aber nun wollen wir erst einmal Zeichen, erst einmal unser Tagebuch lesen. Das geheimnisvolle Gerling. Manchmal geschehen doch wirklich sonderbare Dinge. Ich hatte meine Ausbildung auf keinen Moment abgeschlossen. Da sprach mich ein mysteriöser Mann an, Gerling. So wie er sich selbst nannte, war darauf bedacht, möglichst rätselhaft zu tun und faselte irgendwas von einer Zusammenarbeit. Er wusste erstaunlich viel über mich und die Dinge, die ich während meiner Ausbildung genadere tat. Ich bin gespannt, was es mit ihm auf sich hat. Laut Gerlings Informationen soll heute Nacht ein Schiff im Hafen liegen, welches Waren aus den Piraten über Fähnen an Bord hat. Vermute ich wollen die Schmuggler die Gartenbeut so wieder zu Gold machen. Zusammen mit Gerling und seinen beiden Helfern werde ich heute Nacht versuchen, die Sache auf den Grund zu gehen. Sobald ich bereit bin, soll ich Jakon hinter dem Gasthaus zum Springer in Hirsch Bescheid geben. Gut, aber bevor wir das machen, erst einmal zur Alchemistin unsere Zutaten, die wir nicht brauchen, verkaufen. Alchemistin. Was kann Auralia, die Alchemistin, für euch tun? Also erst mal handeln. Rezepte, Tränke und Zutaten. Die Giftshähne. Bei mir gibt es alles, was das Alchemistenherz begehrt. Und die kleinen Giftbeutel, auch wenn das nicht gerade viel einbringt. Die salzige Kurschhammerzungen sind 10 Dukaten wert. Äh, behalten wir die erst einmal. Vielleicht kann man die noch irgendwo gebrauchen. Sonst habe ich gerade nichts dabei, was ich verkaufen könnte. Also Handeln abschließen. Dann gucken wir mal. Was kann Auralia, die... Alchemistin, 10 Dukaten. Dann lassen wir die Alchemistin erst einmal und... Fragen sie kurz, wo wir Waffen kriegen können. Ah ja, okay. Hinten am Nordturm, neben der Kaserne. Das war eine nette Information. Dann gehen wir doch mal zum Nordtur hinter. Äh, nein. Hier kommen wir nicht zum Nordtur. Mal kurz den Geodenstecken angeguckt. Minus 1, Minus 1. Jetzt soll er viel besser sein als vorher. Was kann er denn tolles? Nur mehr Schaden, aber hat einen Waffenabzug. Naja, stecken wir ihn mal hier in die... Zweiten Rucksack. Und suchen mal in der Nähe der Kaserne die... Ach, da ist schon wieder der hochnäsige Baron. Den können wir mal ignorieren und einfach an ihm vorbeigehen. Ah, da hinten ist ein Rüstungshändler. Da müsste ich in der Nähe auch irgendwo... Ah, kleiner Markt. Hier auch irgendwo der Waffenhändler sein. Der sieht aus wie ein Waffenhändler. Genau, rennen wir ihn mal an. Gerne, zeigt mir euer Angebot. Ah, gucken wir mal. Leichte Armbrust. Und leichter Paläster. Äh, ich würde mal sagen, ich nehme die Armbrust. Und vielleicht noch... Zehn Bolzen. Äh, 100 Bolzen. Wohl. Nehmen wir erstmal nur 80. Dann kriegen wir auch den Stack mit den 15 voll. Oder nehmen wir noch 5. Dann haben wir 100 Bolzen zwar. Dafür könnten wir ihm die Geweihelme und die... Oh, die Zinnfiguren sind aber einiges wert. Verkaufen wir die mal. Die Silberkette. Kerzenständer. Können wir hier mal bei ihm loswerden. Und auch den Silberring, auch wenn der nur 4 Heeler bringt. So. Bücher. Ob ich die vorlese, weiß ich nicht. Falls ihr das wollt, dann schreibt es mir in den Kommentaren. So. Jetzt schließen wir den Handel ab. Und legen unsere neue Ausrüstung mal an. Armbrust. Und... Pfeile. So. Beziehungsweise Bolzen. So. Und jetzt bevor wir zu... Jakon gehen, machen wir nochmal einen Cut. Und sehen uns gleich wieder.